Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Im letzten Part haben wir uns auf unseren Raubzug vorbereitet und heute wollen wir ihn natürlich auch durchplanen. Wie ihr schon sehen könnt, ist meine Kamera ein bisschen anders. Ich zock jetzt links unten über den Bildschirm. Ist für mich ein bisschen angenehmer, als wenn ich jetzt so nach oben gucken würde. Ja, schauen wir doch einfach mal. Ja, wir müssen einen Wagen oder so jetzt abfahren. Ich glaube von Bullen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Fragt mich nicht, wo der ist. Was ist das denn hier? Psyche, Alter. Geh. Fremde und Freaks. Irgendwo mussten wir hin. Sonst können wir auch erstmal zu Franklin gehen. Weil, soweit ich weiß, unterstützt er uns auch. Hallo Leon. Ich muss mich nur ein bisschen mit dem Chat gewöhnen, weil der Chat ist jetzt oben rechts. Also, aber das kriege ich schon im Laufe der Zeit hin. Ich bin das normalerweise gewöhnt, dass ich halt, ja, einen Bildschirm habe, worauf ich zocke. Und gleich rechts daneben, ja, ist mein Chat. Also, egal jetzt, sei es YouTube, sei es Twitch. Und jetzt zocke ich halt auf ein Bildschirm. Unten rechts habe ich mein Chatbot, habe ich Twitch, habe ich Discord, habe ich VoiceMe Banana. Und die ganzen Programme. Oben rechts habe ich Streamlabs OBS. Und oben links, ja, habe ich einen Browser, YouTube, Twitter, das ganze Gedöns. Vielleicht tauscht ich das noch, das weiß ich nicht. Aber so ist jetzt das erste Mal, dass ich wirklich mit Augen auch zocke. Ich habe ja gestern schon gezockt, aber leider nur mit verbundenen Augen. Das ist immer ein bisschen anders. Am besten, wir markieren uns das einfach mal. Oh, hier dann. Oh, wow! So, hier müsste Franklin auf uns warten. Da waren wir nicht im letzten Part schon. Komm als Franklin wieder, um diese Mission neu zu stellen. Wie ging das denn noch? Warte, bitte. Ah, okay. Warte, ich habe keine Ahnung. Das ist alles. Das ist alles. Was ist, Homie? Hey, look. Chop got to stay around your crib for a while, Homie. Was? Franklin ist doch der Hund, ne? Ja, cool. Was? Franklin ist doch der Hund, ne? Cool. Aber der müsste hinterm Haus sein. Weil da auch der Knochen ist. Was? 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 Ja, cool. Okay. Alles klar. Gehen wir aber mal in Franklins Haus. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Hallo. Was? 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 What? Was? 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 Wir sind nicht nur böse. Ah, ich soll fahren, oder was? Gib dich zur Amunation, okay. Dann machen wir das noch. Ah, ich komme nur hinten rum. Dann komme ich hier auch rein. Was wollen die? Ja, es ist dafür, dass ihr mich angefahren habt. Ah, super. Jetzt haben wir die... Hänge die Brüllen ab. Was ist das denn? Ja. 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 einer Verteidigung, er hat angefangen zu schießen. Das Auto ist nicht gerade schnell, aber... Wir dürfen auch, glaube ich, nur einen Stern haben. So, fahren wir mal weiter. Ich hoffe, das war der einzige kleine Zwischenfall. Aber man weiß ja nie... Und wie ihr sicherlich schon wisst, habe ich heute noch nicht gefrühstückt. Mein Frühstück wird mal Mittag sein, so wie immer. Ich weiß aber noch nicht, was ich esse. Ich habe Bock auf Rinderrouladen. Aber... Verdammt. Die gibt es, wenn nur so eine Einwegdosen. So von Ja oder von... Ja, von Knorr, aber... Ist nicht so meins. Muss ich eigentlich erst nach da fahren und dann nach hinten? Ähm... Okay. Oder? Ne, achso, ich kann hier parken. Achso, oder? Nein, ich muss nach hinten. Verdammt. Wollen wir den Rest der Fuß gehen? Ah ja, okay, müssen wir sogar. Okay, dann holen wir uns mal eine neue Waffe. Die da oben sieht schon aus, aber die ist bestimmt arschteuer. Ah ne, die kann ich noch gar nicht holen. Sturmgewehr. Schaden, ja 1,5. Feuerrate 3. Genauigkeit 2,5. Ja, 2,1 wollte ich eher sagen. Was haben wir denn noch wieder? Eine hatten wir doch auch schon, oder? Schrot, okay, die Schrotflinte hatten wir schon, okay. Was? Ein Hammer kann ich kaufen? 5 Euro für so einen scheiß Hammer? Ja, das ist ja. Ach komm, nimm mal die hier oben, das Sturmgewehr. Ja. Haben wir die jetzt? Ja, die haben wir, okay. Mit full Munition. Äh, oben, warte, oben rechts, ne? Ja, das müsste eine Basuka sein, aber da unten ist ein Granatenwerfer. Aber ich kann die glaube ich noch nicht kaufen. Ich muss die erst freischalten. Wie sieht es mit Granaten aus? Granaten kann ich schon holen, oder was? Was haben wir hier? Kanister. You gonna buy that shit I don't know nothin' about? Was? Ich hab doch schon ne Pump-Action-Schrotflinte. Ich hab doch schon eine. Ich hab die vor zwei Parts oder so, äh, den Wollen abgenommen. Ach, ist doch ätzend. Ich hab, war, ich... Ich bin der Meinung, dass wir eine haben. Und dafür, dass die Emission... Pump-Action-Schrotflinte. Haben wir. Warum soll ich denn nochmal Geld ausgeben, wenn ich die schon habe? Also... Da hab ich schon. Ich kann die nicht nochmal kaufen. Gegenstand erworben. Gegenstand erworben hab ich schon. Taktisches Licht musst du noch kaufen. Taktisches Licht. Oh, das ist heiß als hell in hier, Homie. Ja, real shit, mein Nigga. Wir können diese shit kaufen und gehen nach Mexiko und nehmen sie das shit in der Lange. Hell no, Nigga. We're not, Nigga. We're not, Nigga. We're not, Nigga. We're not, Nigga. We're legit as a motherfucker on this right now, man. Just chill. Eine Flasche 300 Dollar. Ja, natürlich. Jetzt. 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 Oh, okay. Ich scheiße, mein Luxus Oberfläche. Okay. Schwarzer Farbton. Armee Farbton. Ah, okay. Begebe dich zum Treffen bei der Recyclinganlage. Okay. You ain't getting nowhere thinking like that the power positive bullshit You ought to be clenching your motherfucking vagina muscles with my hunt nigga after his bed It probably need tighten it up. This ain't new-age shit. It's fact. You get what you get fool You've been getting dick, but you ain't giving it on some mark talk like that to an OG CGF has changed man. No wonder the hood is so lame right now Speaking of change Lamar's been meaning to talk to you home. No, no, not now What's happening? It's nothing my nigga nothing, you know just some ideas. That's all man ideas ain't your strong suit So put it on me. It's nothing real homie when it's something real. We'll talk bullshit man. It's willing in this crap Hey, we meeting them here Man, how'd you find this place? Homie set it up. It's the kind of spot where we ain't gonna be disturbed. That's what the fuck worries me. I'm more of a hide in the plane sight type nigga No, you more of a punk bitch type nigga Okay, wir haben anscheinend gleich einen Drogendeal, Handel, den wir überwachen müssen, beziehungsweise abschließen müssen, abschließen müssen, keine Ahnung I adi Ah Everything cool man, what the fuck man? You was just kidnapping this nigga. Oh, come on We don't recognize Real D. My nigga just got out crossing lines did some time for some of your phone This ain't about to me what you know these niggas done. Jocko fuck this trick talking about man Okay, wir sind anscheinend verraten worden. Und der hat anscheinend, ich weiß nicht, ob er mit dem Bullen zusammengearbeitet hat oder so, aber ... Ah, okay. Während ich Ziele kann ich das nur machen, find ich ein bisschen schade, aber ... Ich bin tot, da hätte ich nicht so leichtsinnig sein sollen. Aber wie ihr wisst, Shooter-Dinger sind nicht so ... Muss ich mich erst mal einfinden. Ich muss mal die Munition hier von den Leuten einsammeln. So, die beiden schon rot? Okay. Oh, geh weg da. Ich will den nicht ... Ich will nicht meinen eigenen Mann schießen. Oh Mann, ich bin verliebt. Bin ich Granaten? Doch, eine hab ich. Nein, scheiße. Ich wollte die Granate werfen. Ich wusste nicht, aber wie ich sie werfe. Dann hab ich ihn einfach reingelassen. ... ... ... ... Ich bin so, wie wir machen? Kommt! Ich habe das, oder? Ich hab das gefeiert, oder? ... ... ... ... ... ... ... Versuch Munition eingesammelt. Zwei auf einem Streich. Genauso beim letzten Mal. Not me nigga. You gonna get chipped on bitch ass baller? Hey. Stop. Hey. Stop. Hey. 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 Let's go. Hey. 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 Das ist eh Verschwendung, aber... Na, wer macht von euch auf? War ja klar. War's das? Ich hoffe es. Ja, natürlich. Jetzt würde ich gerne die Granate schmeißen, aber ich weiß nicht wie. L1 und R, okay. Ah, ich will die erstmal. Auffassen, Granate. Geht weg da? Als ob! Als ob. Er ist inspiriert. Er ist inspiriert. Er ist inspiriert. Er ist inspiriert. Oh Did you think to work out an exit why you set up this meat there's always a way out motherfuckin You hear that one time You gonna get chipped oh bitch ass baller run up on We gonna get chipped My ass nigga I'm gonna follow you for a minute Ah, I'd rather go on the ch.. They're gonna smash on us we hang here, come on Hey here's the exit Through the fire exit, come on Bestimmt erwarten und schon die wollen erwarten, natürlich. Ah, hält's ab. Er ist weg hier, das sind drei Sterne. Hallo, Emi. Wo haben wir schon wieder einen Polizeihubschrauber da? Das sieht ja wie die fliegen. Lass uns mal anklauen. Hier, hier sind wir. Jungs, steigt ein! Jungs! Da steigt ein! Also, Emi, man darf keine Links posten. Einfach aus Spamgründen. Beziehungsweise, ich muss es auch noch mal ein bisschen überarbeiten. Sonst, äh, flüstere mich einfach an, dann schaue ich mir das nach dem Stream an. Was kommt rein hier? Oh, okay. Oh, was sind meine Türen noch auf? Und... Keine Ahnung. Jetzt ist sie ab. You just pick me up on the side of the road. That's the story, dig? Man, you make a punk look like a G. Alter! Any of them get in the way and they mine, homie! Oh, der Wagen ist richtig behindert. Der ist zwar einigermaßen schnell, aber Kontrolle so wirklich hat man da nicht drüber. Ich werde wahrscheinlich wieder Schleichgassen fahren müssen. Ich werde wahrscheinlich wieder Schleichgassen fahren müssen. Die Jäuhaus in die E.R. Nothin' righteous about this shit, actin' like Big Dog. Wir sind in den Inroute. Ich war hier, ich war sogar in diesem Land. Jetzt fahren wir einfach mal komplett geradeaus. Wir geben Gas. Ah, verdammt. Ja, aber die wollen immer noch nicht, okay. Abgehangen. Hier drin sollten wir sie aber abhängen. What the cops care about us getting away? That's it, that's it, we lost them. Now take us somewhere where we can get it in, homie. Oh man, we going back to my crib, man, and you can walk from there. Ah, wir sind so freaky, man. Ah, wir sind so freaky, man. Ah, wir sind so freaky, man. You done. Done, you dig? Actually, we ain't CGL for life. Cause all that means is we giving you money for nothing. We got our own shit now, homie. Foreign gangs. Oh no, 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 he don't mean that low. F just talking outside his neck. I'm gonna reach cross lines, all right? Conversate with the purple homie. Yeah, yeah, that's a good idea, man. Smart shit. But if I gotta hang you assholes out for this, the gang comes first. Man, you got beat with an ugly stick. Oh shit. Here we are, man. You gonna hang with your auntie while the men break it off. Shut the fuck up. Hell no, nigga. You sounded more and more like a sneey eye itch every day. Hell yeah. Nah, nigga, I sound like somebody trying to make some paper and not get killed. He's a hook ass nigga, I told you. Nigga, go toss a salad stretch mark ass bitch. Fuckin bastard. Okay, we standen. Strich ist raus. Ähm. So. You still owe me, Dilla? What? 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 What can we do? We can actually make the mission... I can actually do the mission with Franklin. I can't do it,ใ right? What the fuck? There's no problem. What's going on? Yo smoke something, buddy. How can we do it? We can do it actually, dude? How could we do it? How can we do it? Ich glaube für die Mission mit Michael brauchen wir einen ganzen Part. Deswegen würde ich sagen, dass wir jetzt irgendwie noch mal... Oh, das Auto sieht groß. Dass wir noch mal zum Fragezeichen oder so gehen. Wir haben zwei Stück. Das hier war, glaube ich, das Autorennen. Ich will das hier mal hier hinten machen. Ist zwar ein bisschen weiter weg, aber noch sind meine Autokünste nicht so gut, dass ich so ein Autorennen tatsächlich eventuell gewinnen könnte. Ich glaube noch nicht mal mit Glück. Hat doch früher als Kind lange gedauert, bis ich bei Need for Speed drin war. Man sagt zwar eigentlich, es ist wie Fahrradfahren. Verlernt man nie, aber... bis peak? Jesus! Not the car! James! Ich denke, ich bin bereit zu bringen, was sie zu tun hat. No, no, no! Was ist das? Hey, mach mich nicht mit dem 1A7. Ja, ich bin wieder in den Wagen. Und hier soll das Fragezeichen sein. Ich bin wieder in den Wagen. Ich weiß, dass du hierher kommen, um zu schocken, also gut. Was für die Beste du sprachst? Hey, ich habe einen Klubbetrug, Mann. Und einige von diesen alten Räumen, sogar die sind ein bisschen closeted. Was? Ein Blacker Mann, in der Vienwur, du denkst, dass er ein Clay PG Sellout ist? Du B****-ass-Punk-Moder. Oh, Mann. Hey, ich bin sorry, Mann. Ich habe nicht meine Kontakte in den Wagen. Ich liebe Blacker Leute. Ich liebe Gangsters. Ich liebe Gangster Rap. Yo, sup? Man, wer gibt es ein fucker, ob er gay oder nicht, Mann? Der Mann ist nicht married. Es ist seine Geschäfts. Lass die Möte allein. Ich sage, ich sage, es ist die Hypocrisie, die ich nicht behalten kann. Ich meine, von Celebritäten. Ich meine, PG, richtig? Er sagt, er ist ein Körner und ein Verlager und all diese großartige Sachen. Und dann, er liebt seine Mutter und liebt die Showtune. Ich meine, wirklich, was für die Botschaft das senden in unseren Kindern? Ich sage, die Leute sind ein Verlager. Warum? Weil du, weil sie alle denken sie sind, was sie? Weil sie alle denken sie sind, was sie? Fuck sie! Fuck sie! Fuck sie! Fuck sie! Fuck sie! Fuck sie! Sie sind nicht magisch. Nein, nein, sie sind nicht besser als ich. Sie sind besser als ich. Shit! Oh, shit! Oh, mein Gott, es ist Miranda. Miranda, ich liebe dich, Miranda! Kommt! Kommt! Es ist Miranda, fucking Cowan! Kommt! Es ist eine megastar! Nein, nein, nein! Lass mich aus deine Scheisse. Oh, nein, nein! Wir können hier viel mehr. Wir bekommen eine Bilder von der Haare. Okay. Ah, entspanne ich doch mal. Alter, fahren die schnell. Das ist Privacy, Mann. Ich kann nicht den Schuss von hier. Steig zu diesem Limo-Lite-Glue. Ich meine, eine Schwer-Winne. Komm schon, näher. Ich verstehe die Idee, Homie. Homewrecker, Harlan. Was? Ich weiß nicht. Was? 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 Ich weiß nicht. Du hast du eine Ansel? Eine Ansel? Ja, ja, ja. Oh, ja. Oh, ja. Gib mir noch mehr. Boah, jetzt gibt die Limbo aber ganz schön Gas. Ah, die sind ein bisschen schnell. Ja, das Ding fährt nicht schneller, Entschuldigung dafür. Aber hat schon gepasst. Er sagt ja, dass es gut Knete gibt, aber ich bezweifle, dass er uns wirklich damit gut auszahlt. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Die Publikum muss wissen, die Fans deserve answers. Nicht, ob die Frage ist, wie Loris Miranda Collins' Muff ist, oder ob sie banged out von einem second-rate Direktor. Sie müssen alles wissen, von crow's feet, zu camel toes. Hey, 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 komm bei der Manor next week. Wir werden die Suche für die Wahrheit. Schau, warte nicht auf mich, Homie. Oh, ich warte für dich, Homie. Oh, das ist klar. Heute ist ja die Pokémon Direct. Ja, stimmt. Heute ist die Pokémon Direct. Stell dir vor, alle Lampen der Stadt zu überfahren wäre eine Mission, oder jedes Auto einmal zu klauen. Ah, das wäre schon mies. Wobei es, glaube ich, im Online-Modus, oder irgendwo gab es auch, es gab es zumindest bei GTA, war das GTA City? Oder GTA San Andreas, GTA Y-City. Da musstest du einmal komplett, ich glaube, alle Autos klauen, oder bestimmte Autos, und die musstest du dann irgendwie an einem Händler verkaufen. Und dafür hast du dann auch Prozente bekommen. Ich glaube, ich hoffe nicht, dass es in GTA auch so ist, gegen GTA 5, aber ich vermute es. Daaaamn! Jaa! Oh mofu... Fuck! Ja die haben Laughampel am Lager auch mal, okay. code Hey, man. Slick wheel, Wirt! Another big-ass mess on my property. Top, I gotta train you to sit on the neighbors, y'all. Slick wheel, we're at 47. Okay, thank you very much for watching. You can like a comment and subscribe. See you next time. Bye!